Eine geraume Zeit konnte man das Schiff Jan V am Wismarer Hafen beobachten. Das Schiff wurde 1985 erbaut und wird als Stückgutfrachter bezeichnet. Das heißt, dass der Frachter Güter lädt, die nicht einem Standardmaß entsprechen und in einem Stück transportiert werden. Zurzeit fährt es unter der Flagge von Antigua Babuda, einem Staat in der Karibik. Das Schiff besitzt eine Länge von rund 81 Metern und eine Breite von 13 Metern. Der Frachter kam vom Hafen Sihem in Großbritannien. Nach fast drei Tagen Fahrt über die Nord- und Ostsee erreichte es schließlich den Hafen in Wismar.